Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir uns heute mal Album und Sticker der neuen La Liga Santander 2020-21 Sticker-Kollektion von Panini anschauen wollen. Damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors-Video, in dem wir heute mal einen Ausflug in die spanische Liga machen und uns das Album und die ersten Sticker aus der offiziellen La Liga Sticker-Kollektion von Panini anschauen wollen. Und auch wenn die Premier League ja inzwischen als beste Liga Europas den Spaniern so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, sind dort ja immer noch zahlreiche Topstars unterwegs, die sich in dieser Kollektion wiederfinden. Ein paar davon sehen wir hier schon auf dem Cover mit unter anderem Casemiro, Joao Felix und natürlich Lionel Messi, vielleicht zum letzten Mal im Barcelona-Trikot. Also auch die Tatsache macht diese Kollektion sicherlich reizvoll und falls ihr mitsammeln wollt, gibt es jetzt eine richtig gute Nachricht, denn ihr müsst das Ganze nicht mehr aus Spanien importieren. Das hat nämlich bereits der Panini Online Shop für euch gemacht, sodass ihr Album und Sticker dort ganz einfach bestellen könnt. Und wenn ihr euch beispielsweise für das attraktive Bundle aus Album und Displaybox entscheidet, bekommt ihr das Ganze sogar versandkostenfrei nach Hause. Also vorbei die Zeiten, wo man allein 15 Euro an Versandkosten ausgeben musste, um an diese Kollektion zu kommen. Checkt einfach mal den Link in der Videobeschreibung raus. Über den kommt ihr auf die Übersicht mit allen Produkten aus dieser LaLiga Kollektion. So, das ist also die wichtige Info vorneweg, falls euch die Kollektion begeistert und ihr ebenfalls mitsammeln wollt. Jetzt wollen wir uns aber mal dieses monströse Album anschauen, das gerade so ins Bild passt, um euch dann zu zeigen, was euch alles in dieser Kollektion erwartet. Da haben wir zunächst das Inhaltsverzeichnis und einen kleinen Einleitungstext. Hier unten schon die ersten Sticker zum direkt Loslegen. Kennt man ja auch von Panini, dass eigentlich immer sechs Sticker eingeheftet sind. So, und dann schauen wir mal weiter und haben dann zunächst eine Übersicht über alle bisherigen LaLiga-Alben. Und wir sehen, das aktuelle Album ist die 49. Ausgabe. Steht also im nächsten Spätsommer ein großes Jubiläum an. Seit 1972 gibt es diese LaLiga-Alben. Respekt an denjenigen, der sie dann auch wirklich alle hat. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne, interessante Übersicht. Und dann sind wir direkt schon bei den Vereinen. Und es beginnt mit Deportivo Alaves. Und an dieser Doppelseite kann man gut den grundsätzlichen Aufbau der Teamseiten erkennen. Links oben Platz für den Trainer. Das ist ein Sticker, den wir aus deutschen Kollektionen ja so gar nicht kennen. Dann haben wir hier ein paar grundsätzliche Statistiken zum Verein. Das Abschneiden in der höchsten spanischen Liga. Dann die Platzierung der letzten Jahre. Die beste Platzierung in der LaLiga. Dann die Angabe des Vereinspräsidenten. Ist ja auch etwas, was in Spanien eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Sowas würde man bei uns, glaube ich, nie so prominent in einem Sticker-Album platzieren. Dann haben wir noch die Mitglieder. Die Internetadressen hier unten in der Mitte. Ein Bild vom Stadion mit Baujahrkapazität und den Dimensionen. Und ihr seht, jedes Team hat insgesamt 18 Sticker bekommen. Darunter der Trainer und hier noch ein 19. mit dem Vereinswappen. Das ist also der Aufbau der einzelnen Mannschaftsseite. Und wir blättern jetzt einfach mal durch, damit ihr sehen könnt, welche Teams alles dabei sind. Athletik-Bau haben wir dann als nächstes. Dann kommt Atletico de Madrid. Als nächstes der FC Barcelona. Sicherlich in diesem Bereich mit den beeindruckendsten Statistiken neben Real Madrid. Die wir dann später noch sehen. Dann haben wir Real Betis aus Sevilla. Den Aufsteiger Cadiz. Dann haben wir Celta Vigo. Dann kommt Eibar. Chetaffe. Dann haben wir Granada. Der zweite der drei Aufsteiger mit Huesca. Dann Levante. Real Madrid. Ihr seht, da geht schon einiges an. Platz drauf, um die ganzen Titel unterzubringen. Dann haben wir Osasuna. Real Sociedad. Dann den Europa League-Sieger aus dem letzten Jahr, den FC Sevilla. Dann sind wir in der Mitte des Albums angekommen. Und da hat Panini ein großes Gewinnspiel platziert. Und die Preise können sich definitiv sehen lassen, wie ich finde. Fünf Sony-Fernseher, 15 Playstations, 10.000 Fußbälle. Also da werden sicherlich einige Sammler glücklich gemacht. So, und dann geht es mit den restlichen Teams weiter mit Valencia. Dann haben wir Real Valladolid. Wieder Real. Und hier ist Platz für den letzten Aufsteiger aus Elze. Denn der stand zu Druckbeginn des Albums am 5. August noch nicht fest. Haben vielleicht einige von euch ja mitbekommen, dass es da auch zahlreiche Verschiebungen wegen ein paar positiver Corona-Fälle gab. Inzwischen die fehlenden Partien aber ausgespielt. Und Elze ist dann letztendlich als drittes Team aufgestiegen. So, dann haben wir eine Doppelseite mit dem Hinweis, dass das Ganze auch digital stattfindet. Mit den in den Päckchen enthaltenen Codes kann man dann auch digital sammeln. Ein Hardcover-Album gibt es auch zu dieser Kollektion. So, dann haben wir eine neu eingeführte Kategorie. Die Serie 10 mit 24 metallisch glänzenden Stickern. Mit eingedruckter Unterschrift von den größten Stars der Liga. Da darf man sich also auch schon drauf rollen. Dann ein bisschen Werbung für FIFA 21. Dann eine Doppelseite zur zweiten Liga. Und das Ganze kündigt man hier auch sehr offensiv an. Wie man sagt, die Primera-Division ist immer noch ohne Übertreibung die beste Liga der Welt. Und die zweite Liga würde dann frei übersetzt Spektakel auf ähnlichem Niveau bieten. Ich persönlich halte das schon für eine ziemliche Übertreibung. Aber man soll den Spaniern ja nicht ihre Illusionen nehmen. So, hier nochmal Werbung für das Hardcover-Album. Hat mit 12 Euro einen stolzen Preis. Aber das Album, was wir uns gerade angucken, kostet auch bereits 5 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ohnehin einen dreistelligen Betrag für die Sticker ausgebe, dann investiere ich doch auch noch die 7 Euro mehr in das Hardcover-Album. Und habe dafür dann die Sicherheit, dass mein Album und die Kollektion nach Jahren immer noch gut aussieht. So, hier rechts sahen Werbung von der Bank Santander, dem Hauptsponsor der Liga. Und dann haben wir hier noch Platz für die nach Drucklegung durchgeführten Transfers. Die werden dann sicherlich in späteren Editionen kommen oder als Extra-Edition. Falls jemand von euch die LaLiga-Sticker schon länger sammelt, dann kann er uns anderen ja vielleicht mal den Modus erklären, wie die Sticker und die Updates dieser Kollektion veröffentlicht werden. Denn ich habe gesehen, inzwischen ist auch die zweite Edition der Sticker-Packs erschienen. Wie man da allerdings den Unterschied zu der ersten Edition feststellt, da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt, konnte ich auf den ersten Blick nicht ausmachen. Also, falls sich jemand von euch da richtig gut auskennt, darf er gerne mal aufklärerisch tätig werden. Und in den Kommentaren erklären, wie das mit diesen ganzen nachgeschobenen Updates funktioniert. So, dann auch hier wieder Werbung für die digitale App, in der man dann auch die Sticker scannen kann, wie wir rechts sehen. Dann der Hinweis auf den Nachbestell-Service. Und für alle, die die normalen Sticker-Päckchen nicht reichen, gibt es das Ganze dann auch noch in Kombination mit Kaugummis. Und ihr seht, da sind so kleine Sticker drin. Und die könnt ihr dann alle hier auf diese Doppelseite verkleben. Also, wenn man das Album komplett voll haben will, müssen also noch einige Kaugummis dazugekaut werden. So, dann haben wir hier rechts noch die Ehrentafel mit allen bisherigen Meistern. Und Real Madrid ist ein ganzes Stückchen vorneweg mit acht Titeln mehr als der FC Barcelona. Und dann kommt lange nichts, bevor es dann mit Atletico Madrid weitergeht. Und danach wird schon recht übersichtlich, wie ihr seht, aber das ist den meisten ja bekannt, dass es in den letzten Jahren ja meist eine rechtseinseitige Veranstaltungen zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ist. Gelegentlich mal aufgemischt von Atletico Madrid. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, immer noch ein bisschen spannender das Ganze als derzeit bei uns in Deutschland, wo der FC Bayern ja die letzten Jahre meist mit deutlichem Abstand vorneweg marschiert. So, dann haben wir links noch Werbung für das Panini-Magazin Hugon, das so ein bisschen der deutschen Just Kick It entspricht. Und auch da finden sich dann regelmäßig Beigaben zu dieser Kollektion. Empfiehlt sich also, die jeweils erscheinenden Magazine da im Auge zu behalten. So, hier haben wir noch unsere beiden anderen Sticker. Sergio Busquets und Alex Fernandez sehen wir da. Und das war zunächst das komplette Album. So, und hier unten seht ihr auch den Preis mit 5 Euro für dieses Album. Wie ich finde, schon nicht zu unterschätzende Einstiegshürde. Und ich glaube, nicht umsonst sind die Albenpreise in Deutschland meist deutlich geringer. Aber in Spanien scheint das ja ein durchaus akzeptierter Preis zu sein. Vermutlich auch, weil man das Album meist mit irgendwelchen Sticker-Bundles oder als Beigabe in der eben schon gesehene Zeitschrift Hugon bekommt. Sodass vermutlich die wenigsten direkt diese 5 Euro fürs Album ausgeben. Ähnlich wird es euch gehen, wenn ihr das Ganze im Panini-Shop bestellt. Denn wenn ihr eine komplette Displaybox ordert, ist das Album für euch ebenfalls kostenlos. So, das war also das Album. Jetzt wollen wir uns noch mal ein paar Sticker aus der Kollektion anschauen. Dazu habe ich hier 5 Stickertüten. So sehen die Päckchen von vorne aus. So von hinten. Eine Stickertüte kostet, wie ihr unten schön sehen könnt, 80 Cent. Drin sind jeweils 6 Sticker. Und die wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Und beginnen mit unserem ersten Sticker und Javier Galan vom Aufsteiger Huesca. Dann haben wir hier den Code für die digitale Kollektion. Also wer ihn einlösen möchte, ist herzlich eingeladen. Dann haben wir Jan Eteki von Granada. Paco Alcacer von Villarreal. Dann zwei der Wappen mit Cadiz und Real Bitis Sevilla. Noch zwei direkt hinterher mit dem FC Sevilla und Real Sociedad. Und dann haben wir noch Asi Ila Ramendi von Real San Sebastian. So, das ist also unser erstes Sticker-Päckchen. Zwei Logos dabei. Und der Rest Spieler-Sticker. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Päckchen. Und finden darin Luis Rioja von Deportivo Alaves. Dann haben wir Sergio Canales von Real Bitis. Dann wieder zwei Wappen und diesmal aus der zweiten spanischen Liga von Albacete und Alcorcon. Dann Fernando vom FC Sevilla. Ivan Rakitic von Barcelona. Manu Vallejo von Valencia. Und dann sind wir wieder bei Luis Rioja angekommen. Und gleichzeitig auch bei unserem dritten Sticker-Päckchen. Da finden wir wieder ein paar der Wappen von Retaffer und Granada. Dann wieder ein bisschen was für die digitale Kollektion. Dann haben wir Diego Carlos vom FC Sevilla. Lucas Olaza von Celta Vigo. Regini Valderrama vom Aufsteiger Huesca. Unai Garcia von Osasuna, die sich, wie ihr sehen könnt, in diesem Jahr zum 100-Jährigen ein Jubiläums-Logo gegönnt haben. Dann haben wir Ricky Puig von Barcelona. Und dann sind wir wieder bei Diego Carlos von Sevilla. Und kommen zu Stickertüte Nummer 4. Und finden darin Darwin Maschis von Granada. Dann Marc-André Ter Stegen im Trikot von Barcelona. Kucke von Udi Levante. Philippe Montero von Atletico Madrid. Und dann unser erster Doppeltürer mit dem Wappen von Granada und Retaffer. Und dann haben wir auch unseren ersten Trainer-Sticker mit Ravi Gracia von Valencia. So, letztes Sticker-Päckchen für den ersten Eindruck von Album und Stickern. Das beginnt mit Pedro Moschera von Huesca. Dann wieder ein digitaler Code. Dann haben wir Ander Baranecea von Real Sociedad. Yago Aspas von Celta Vigo. Joel Rodriguez von Aiba. Adnan Yanozai von Real Sociedad. Und Oka Yokozlu von Celta Vigo. Ja, und damit sind wir durch mit den fünf Stickertüten und der Album-Vorstellung der neuen La Liga 2020-21-Kollektion von Panini. Wie euch Sticker und Album gefallen, schreibt gerne mal unten in die Kommentare. Ich persönlich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Sticker-Design mit dem Profilbild links oben. Dann den Spielern Action in der Mitte. Position auf dem Spielfeld ist drauf. Das Vereinswappen, was wir auch nochmal im Hintergrund angedeutet finden. Dazu zahlreiche Statistiken. Also da hat man, denke ich, alles auf dem Aufkleber untergebracht. Was man bei anderen Kollektionen wiederum ins Album gedruckt findet. Muss aber ja nichts Schlechtes sein. Und ich finde, die Größe der Aufkleber gibt sowas durchaus her. Also ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante Kollektion und freue mich da schon auf die nächsten Päckchen. Von denen wir auf jeden Fall einige noch zusammen hier auf dem Kanal öffnen werden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, hier aber noch nicht regelmäßig dabei seid, dann sichert euch noch schnell das kostenlose Kanal-Abo. Aktiviert die Glocke und ihr werdet über neu erscheinende Videos benachrichtigt. Zum Abschluss würde es mich natürlich noch freuen, wenn ihr nochmal aufs Däumchen nach oben drückt, wenn ihr bisher nicht geliked habt. Und dann bleibt mir nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und zu hoffen, euch dann alle beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin macht's gut, tschüss!